Immer wiederkehrende Darmbeschwerden mit Schmerzen und Krämpfen, Völlegefühl und Blähungen können die Betroffenen stark belasten. Meist handelt es sich um funktionelle Magen-Darm-Störungen ohne organische Ursache. Zugrunde liegen oft abgeklungene Magen-Darm-Infekte, eine genetische Veranlagung oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Eine Überempfindlichkeit des Magen-Darm-Traktes ist die Folge. Akute Belastungen wie Stress in Beruf und Familie, unverträgliche Lebensmittel oder ungewohntes Essen während einer Reise können dann die typischen Beschwerden auslösen. Diese kommen durch unterschiedliche Mechanismen zustande. Schmerzen und Krämpfe werden durch veränderte Darmbewegungen verursacht, die zustande kommen, wenn sich die Darmmuskulatur unkoordiniert und gegenläufig zusammenzieht. Wie bei anderen Muskeln auch, wird die Kontraktion der Darmmuskulatur durch einen erhöhten Einstrom von Calcium in die Muskelzellen ausgelöst. Völlegefühl kann ebenfalls durch veränderte Darmbewegungen, aber auch verschluckte Luft verursacht werden. Diese ist oft in Schaum eingeschlossen und kann so nicht von der Darmschleimhaut aufgenommen werden. Verdauungsgase durch zu viele gasbildende Bakterien oder blähende Nahrungsmittel können ebenfalls zu einer übermäßigen Schaumbildung führen. Zudem spielt eine Überempfindlichkeit der Nervenzellen in der Darmschleimhaut eine wichtige Rolle. Dadurch werden Völlegefühl, Blähungen und Krämpfe vorzeitig als schmerzhaft empfunden. Das pflanzliche Arzneimittel Carmentin enthält eine hochdosierte und einzigartige Wirkstoffkombination aus Pfefferminzöl und Kümmelöl. Eine Kapsel morgens und mittags, mindestens 30 Minuten vor dem Essen, hilft, diese Verdauungsprobleme und Darmbeschwerden zu lindern. Eingeschlossen in eine magensaftresistente Weichkapsel werden die Wirkstoffe schonend und verlustfrei direkt in den Darm transportiert. So kann Carmentin genau dort wirken, wo Beschwerden entstehen. Pfefferminzöl lindert Darmkrämpfe. Indem es auf die Darmmuskulatur wirkt. Hier blockiert es Calciumkanäle und hemmt so den Calciumeinstrom. Die Muskelzellen können sich entspannen und Krämpfe werden gelindert. Pfefferminzöl verändert auch die Weiterleitung von Schmerzsignalen. Es aktiviert bestimmte Rezeptoren, was zu einer verminderten Schmerzweiterleitung und spürbaren Schmerzlinderung führt. Kümmelöl, der zweite Wirkstoff in Carmentin, hemmt die Vermehrung von gasbildenden Bakterien und reduziert so die Gasproduktion im Darm. Zudem wirkt Kümmelöl entschäumend. Ist das Gas nicht mehr in Bläschen gefangen, kann es von der Darmschleimhaut aufgenommen und über die Lunge geruchsfrei abgeatmet werden. Völlegefühl und Blähungen werden spürbar gelindert. Zusätzlich ergänzen sich Pfefferminzöl und Kümmelöl in ihrer Wirkung. Die Kombination beider Öle vermindert eine übersteigerte Schmerzwahrnehmung im Verdauungssystem effektiver als die Einzelsubstanzen alleine. Carmentin, die einzigartige Kombination von hochdosiertem Pfefferminzöl und Kümmelöl, wirkt direkt im Darm und lindert spürbar Blähungen, Völlegefühl, Krämpfe und Schmerzen. Untertitelung des ZDF, 2020